Die Sonne hat heute geschehen und die Medien haben sich überschlagen. Das Einzige, was gefehlt hat, waren die Sondersendungen. Und jeder sagt, das ist nicht normal, da scheint die Sonne im April. Da stimmt doch irgendwas nicht, das ist der Klimawandel. Da wird berichtet, hoch und runter. Ja, das ist ja auch wichtig. Natürlich, es muss dir ja klar gemacht werden, dass es nicht normal ist, wenn die Sonne im April so heiß scheint. Moment, gestern wurde ein vierjähriges Kind erstochen. Das ist keine Nachricht wert, nein. Am Rande wird darüber berichtet. Kein großartiges Tamtam. Wen interessiert das schon, wenn in unserem Land ein Kind erstochen wird? Ein vierjähriges Kind. Interessiert doch sowieso keinen. Aber wenn die Sonne scheint, dann überschlagen wir uns. Wenn die Sonne im April scheint, dann überschlagen sich die Sender mit ihrer Berichterstattung. Dazu möchte ich jetzt mal eins sagen. Ich bin 53 Jahre alt. Ich habe es schon oft erlebt, dass die Sonne im April geschehen hat. Da gab es noch keinen Klimawandel. Was ich aber nicht als normal empfinde und auch nicht normal ist. Wenn ein vierjähriges Kind erstochen wird, das ist nicht normal. Ich bin 54 Jahre alt. Okay. Ich bin 54 Jahre alt.